Der Typ, ich weiß nicht, wie er ein richtiger Kanal heißt, wenn es Modi weiß, kann das in die Kommentare schreiben, ihr könnt es in die Kommentare auf YouTube schreiben, wenn ich es nachher hochlade, Modi kann es jetzt in den Stream schreiben, falls ihr es weiß, ich glaube Elektroboom, vielleicht heißt das auch Elektroboom, ja, Elektroboom nearly killing himself over and over again. Das ist ein Kanal, ich glaube der heißt direkt so, der handwerkt öfters rum, der macht Tutorialvideos, wie man sich Technik zusammenschraubt und so weiter, mit Elektronik fingert der immer wieder rum und dann hantiert er da rum und manchmal passiert es dann, dass er Face hat und dann explodiert ihm was in der Hand oder hat er irgendwie, wie der Mann noch lebt, wie der überlebt hat. Das ist auch eine Frage, der wischt sich ständig, weil einer am Strom ist, das ist der jetzt, der hat immer tragische Facepams und das macht, der reagiert ja auch so lustig drauf, dass das halt ein, das ist halt doch echt ein Renner. Ich will mal kurz dafür einen Karnevals-Tusch haben. Juhu! Gut. So. Automatisch. So, sehr gut. Schauen wir mal rein. Nachrichten noch ein bisschen. Ja, so passiert das halt immer. Das ist Faudi, willkommen im Stream. Hast du das Video von ihm im Linus Tech Tips gesehen? Nee, rein und gar nix. Ich finde das großartig. Die Fail-Videos finde ich immer großartig. Wie der sich immer verbrennt oder verglüht oder einen Elektroschock kriegt. Das ist immer herrlich. Oh Mann. Der macht auch immer so verrückte Sachen. Das ist die, auf die man auch nicht zu Hause nachmachen soll. Der sagt auch immer dazu, macht es zu Hause nicht nach. Das ist immer herrlich. Der kommt auf Ideen. Zum Beispiel eine zahlregierte Technik im Kühlschrank und in der Mikrowelle. Wie kam ich auf den Kühlschrank? Ich bin da. Ich habe da zu viele Schadenfröhnen dran. Ich bin da zu. Ich bin da zu fröhlich dabei. Ich lache zu. Ich weiß, das ist schlecht. Das ist böse. Ich habe da zu. Ich habe da Schadenfröhne. Äh, nee, das werden wir uns heute nicht mehr angucken. Fasti, ich schaue mir das Video jetzt nochmal an. Danach, äh, ja, schauen wir mal. Ähm, kann ich mir privat nochmal angucken. Aber, ja. Ähm, ich hätte Bock auf eine Runde Among Us danach noch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch genügend Leute finden auf meinem Discord, aber nicht. Aber vielleicht, bei Serpio auf dem Discord habe ich noch vorhin nachgefragt. Müssen wir da gleich nochmal gucken. Jetzt geht es hier um Elektroboom-Fails. Gucken wir die erstmal. Das ist Kabel drin. Ui, das ist hell. Das war gefährlich. Ähm, noch mehr, als es braucht. Ah, viele Pfeilige Gäste. Ich denke, es ist bereit, um zu servieren. In die Power-Line. Gibtiges Gas. Er hat der Kleber aufgemacht. Ah, das ist, wo er seinen, wo er seinen Patrasils mit S hinter der Heißbox drauf gemacht hat. Ah, das ist schön. Au. Oh, wow. Oh, wow. Schau an das. Es gibt ein Blut, aus jedem Haar-Hol. Warum würde jemand dieser Schuss benutzen? Und ein bisschen Elektrogramm passen durch die Haare und es fällt weg. Ich denke, sie benutzen etwas wie einen Taser, der das Haare tot zappt. Der Taser. Ich glaube, es wird nicht meine ganze Hauptfache benutzen. Der Taser, der auf sich Ideen kommt, nur er. Der Taser, der den Mard weg. Das ist. Das sind solche Sachen, das ist. So gewisse Sachen, da ist er ja selbst dran schuld. Der hier auf sich Ideen kommt. Okay, let's try it out. Der selbst gebauten Taser. Taser. Ah! F***! Jetzt brennt er sich den Bart weg. Sie tut das geil. Die ist immer der beste. Ja, nochmal den Bart. Das hätten wir noch sehen können. Das hätten wir noch sehen können. Inductors store energy in the form of magnetic fields. Oh, s**t. Und ja, ich denke, jeder Wirt hat resistanz zu... Ach, der Preis. High voltage macht mich nervös als f**k. Also, wir versuchen es. Au. Du bist ein Mann. Au, s**t. Au, au. Das ist nichts für mich. Au, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Es ist ein Safer. Oh, nein. Okay, komm. Das wird wehtun. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, Mann. Da bin ich noch schreckt, wie er zurückgezogen hat. Okay, let me check my body resistance and impedance. Wie er zurückgezogen hat. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, manches... Manches muss man doch sehen, dass das... Es ist das meiste. Sag mir nicht, dass der das nicht mit Absicht macht, dass es das meiste macht, das macht er. Wer nimmt das in Kauf, dass der Elektroschrucks kriegt, dass der da noch nicht ins Krankenhaus eingewiesen wurde dadurch, ich weiß auch nicht. Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Es ist alles unbeschannend. Was ist das? Es ist es, wenn ich es nicht noch nicht so schaff. Warte mal. Du hast es. Scheiße, Mann, alles. Alles. Alles, was ist das? Alles ist. Was ist das? Ich bin nur auf dem . Stromausfall. Stromausfall. Oh man. Stromausfall. Das finde ich gut hier. Vielleicht kurz das ganze Licht aus. Stromausfall. Stromausfall. Der ist ein Experte der weiß was er machen muss um sicher zu bleiben. Ah der wäre schon fast so wie der ist. Ich glaube es gab auch mal eine Szene wo er schon mal gesehen. Da lag der auch schon fast auf dem Boden und ist schon manchmal fast krepiert. Schönen mal weiß er ja nicht was sicher ist weil manchmal macht er solche Fehler hier wieder. Wenn du siehst manchmal schon mal so ganz hundertprozentig wissen. Ich weiß er nicht. Das kann ich nur schief gehen. Wir haben ein Problem. Wow. Der Result war negligible. Ja ja ja. F***. Let me plug it in so I can show you a few. F***. 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 Die End. Ja. Ähm. Seinen Kanal können wir hier auch noch finden. Heißt der Elektro-Boom oder? Können wir den Kanal nochmal angucken hier. Ja das scheint da zu sein. Ja dann macht er hier die ganzen Videos hier. Können wir uns mal ein Original von dem mal gucken. Die Gitarre ist anscheinend. Da ist glaube ich fast dran gestorben. Hi. How to make an Elektro-Gitarre? Well I don't know. But from the name of... Hi. How to make an Elektro-Gitarre? It's nice to be know. Well I don't know. But from the name of it, it's just a combination of guitar and electricity. Here is a simple one I made. Here is the basic Elektro-Gitarre I made before the strings. You can have more strings if you want to. Strings are just wires stretched over a piece of wood. Tied to nails on each end. The wires at this end are tied together in pairs as you can see. And each pair is attached to one of these cables. Man weiß schon, dass das nur die Hose gehen kann. Ich meine, das sieht man auch schon, dass das nur die Hose gehen kann. Das ist ja schon... Der hat einfach... Der hat... Der hat... Oh nein. Ich meine, der hat eine Holzlatte genommen und hat Stahlkabel oder Metalllinien dort an Stromkabel entlang geführt und an Schrauben. Das ist... Dass das so endet, wie es kommen muss, das ist... Ich meine... Das wäre es doch wieder hingebaut. Please join me for the first time to hear how it sounds. And one, two, three, four... Oh man... Das ist... Das hat er nur gefaked, aber trotzdem schön. If you're wearing your plastic slipper, that ice with you from ground and then touch the live wire... Das ist nochmal sehen. Ich finde das so toll. Er hat es nur gefaked, weil er eben noch... Aber... And one, two, three, four... Ich finde es so geil. Das ist... Da muss man kein Experte für sein. Das ist... Schaut euch mal das Ding nochmal an hier. Das ist... Er hat hier... Er hat Elektro... Er hat hier... Ich habe das nochmal gezeigt. Er hat ein Elektrogramm. Er steckt das an die Steckdose an. Er hat da Metallkabel dran. Wo die... Die Lose locker sind. Auf einem Holzstock. Das ist auf dem Holzuntergrund. Das ist... Wie soll das anders enden als... So hier. Please join me for the first time to hear how it sounds. And one, two, three, four... Ich... 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 I... I... Ich... 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 Es ist extrem... Man kann sein Stern nicht. Mach das zu Hause nicht nach. Mach das zu Hause nicht nach. Mach das zu Hause nicht nach. Unbedingt. Unbedingt nicht nach machen. Nass das noch mal. Nass das noch mal. Nass das noch mal. ... und dann, wenn du die Live-Wire hast, du fühlst es, obwohl es nicht so gut ist. Acht! Weil du DC-isolatet bist, du bist nicht komplett AC-isolatet, als es da noch etwas kapacitans zwischen deinem Körper und der Grund ist. In ein paar Situationen, durch die Schock und die Pain, dein Körper kann schnell reagieren. Pfff! Ja, dann noch mal die Hände durchstoßen. Es ist sehr gefährlich, weil der Kugel durch deinen Körper drückt. Deine Muskeln können sich kontraktieren, indem du dich loslassen. Wenn der Kugel durch deine vitalen Organe, wie dein Herz oder der Pina-Brain, dann wird es sehr wahrscheinlich deinem MAKER zu treffen. Woaaaaaaaaaah! Woaaaaaah! I am your father. Margaret Thatcher? The funny thing is that they use electricity to save a cardiac arrest victim. Clear. What the f***? If you are barefoot and touch the lie wire, the current can again go through your body to ground and kill you. It can also contract your leg muscles and make you jump. It's a pity though. I thought I could share my artistic side with you. I forgot to unplug the damn thing. It definitely made me behave like a rockstar though. Makes me think of the similarities. It's obvious that the problem is the electric guitar. Don't use the guitar. It's very nice. Yeah, come on. I'll let you know. So, yeah. Schaut bei ihm vorbei. Schaut auch seine Videos an. Schaut auch auf seinem Kanal vorbei. Ganz lustige Videos auch bei ihm. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier vorhin schon fast 3 Stunden gestreamt mit meiner kurzen Pause dazwischen. Gut, dann würde ich mal sagen, genug reaktet für heute. Ja. Faschingsmusik. Fasching Karneval ist es. Jetzt geht los. Hey. Ich wusste auf meinem Kopfhörer nicht. Wie kommen die Sachen die ich eigentlich habe, hat keiner genutzt. Und zum Schluss noch ein Tusch. Ein Tusch auf meine Zuschauer. Ein Tusch auf euch. Ein Tusch auf die Mods auf Modi. Ein Tusch auf den Karneval. Juhu. Rosenmontag. Karneval. Ein Tusch. Ich liebe die Karneval. Und ein Tusch auf Twitch. Ein Tusch auf die Plattform auf die WD die ganze Zeit streamen. Ein Tusch. Hurra. 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 Sehr schön. Ein Tusch auf live. Die. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020